Training 1 zu 12 auf dem Indoor-Track, hinten mit Leuchtgewelle unseren Lukas und vorne mit dem pinkigen Fahrzeug, er muss sich gerade ein wenig wehren, nein, jetzt hat Lukas einen Fehler gemacht, hat ein wenig Luft bekommen, und so, vorne mit dem pinkigen Fahrzeug haben wir den GERU IN THE HOUSE! Die zwei gehen alles, wow, 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 ja, jetzt, Lukas ist vorne, ist aber auch klar, der GERU ist noch nicht mehr einen Akku hier von unserer Piste gefahren, aber, hä, der Lukas hat es nicht so einfach. So, jawoll, wir zwei gehen alles!